Diese hier zum Kauf angebotene 1,5 Zimmer Etagen Wohnung befindet sich in Berlin Müggelheim. Die Immobilie wurde 1978 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 36 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 55.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Welche Beobacht Beobacht